So, wir sind out of oil und in einer kleinen Werkstatt gelandet und werden jetzt kurz unser Auto fixen, Öl nachfüllen. Anna lacht, Kinder lachen auch und dann werden wir uns auf den Weg gehen nach Kampala machen. Heute haben wir tolle Erlebnisse, von denen wir später noch berichten werden. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020